Hallo, ich bin Clarissa und dies ist meine Geschichte. Bitte like und abonniere mich. Meine Zwillingsschwester Bella und ich sehen uns in jeder Hinsicht ähnlich, bis hin zu dem Grübchen auf unserer linken Wange. Und ich hasse es. Jeder, der denkt, dass es cool ist, eineiige Zwillinge zu sein, ist dumm. Mom und Dad fanden es super süß, uns immer gleich anzuziehen. Aber als wir größer wurden, fing es an zu nerven. Niemand konnte uns auseinanderhalten, nicht einmal unsere Eltern. Also nannten sie uns einfach die Zwillinge oder die Mädchen. Es war, als hätte ich keine eigene Identität. Ich war nur ein Teil eines Paares. Ja, wir haben auch viele Kauf 1,1 umsonst Witze gemacht. Außerdem war es das Lieblingsspiel aller zu versuchen, Unterschiede zu erkennen. Ich glaub, die hier ist kleiner. Ihre Nase ist größer, stimmt's? Ihre Ohren stehen mehr ab und wenn ich dich in die Wange knallfe, spürt dein Zwilling das auch? Wenn ich dir ins Gesicht schlage, spürt deine Mutter das auch? Du bist im Grunde ein Teil von ihr. Wir waren in der Schule in derselben Klasse und haben dieselben außerschulischen Aktivitäten gemacht. Es gab immer so viel Druck, nicht der schlechtere Zwilling zu sein, denn jeder hat uns sofort verglichen. Clarissa hat in Mathe eine Eins bekommen. Warum hast du eine Drei, Bella? Bella hat dich beim Rennen um Längen geschlagen, Clarissa. Sind deine Beine nicht genauso lang? War es so schwer zu verstehen, dass unsere Fähigkeiten nicht genauso gleich sind wie unsere Gesichter? Aber in der vierten Klasse begannen unsere Persönlichkeiten sich zu verändern. Ich war im Lernen stärker, aber Bella war sportlicher. Wir besuchten beide seit unserer Kindheit Tanzkurse, aber ich hörte schließlich auf, weil sie eindeutig besser war. Ich begann zum stillen Streber zu werden, während sie aufgeschlossener und lauter war, so dass sie immer mehr Aufmerksamkeit bekam. An unserem zehnten Geburtstag setzte Bella ihren Willen durch und die ganze Party stand unter dem Motto Hannah Montana. Alle meine Wünsche bezüglich Harry Potter wurden ignoriert. Mom hatte unseren Geburtstagskuchen gebacken auf dem Stand. Alles Gute zum Geburtstag für unsere schöne Bella und Clar. Mom, was ist mit meinem Namen passiert? Bella wollte diesen Text auf der Torte haben, Schatz, und es war einfach nicht genug Platz. Alle unsere Klassenkameraden waren um Bella versammelt und tanzten zu ihrer Playlist. Ich entdeckte ein neues Kind, das in einer Ecke saß und irgendein Spiel spielte. Hey, findest du die Party auch so scheiße wie ich? Ja, irgendwie schon. Entschuldigung, willst du spielen? Ich hatte wirklich Spaß, bis Bella und ihre Freunde eine verrückte Wasserschlag machten und die Spielkonsole des Jungen zerstörten. Er hat die Party weinend verlassen und nie wieder mit mir geredet. Ja, Bella fand immer einen Weg, mir alles zu verderben. Dann, eines Tages in der siebten Klasse, fanden wir Mom zu Hause mit einem Umschlag für jeden von uns vor. Oh mein Gott, das gibt es doch nicht. Du hast mich für den Schönheitswettbewerb für Mädchen angemeldet. Danke, Mom. Ein Flugblatt für die Mittelstufenmathematiker? Nun, was denkst du? Einen für meine Schönheit und einen für mein Genie. Das ist perfekt. Das ist in Ordnung, denke ich. Von da an wurde meine Schwester immer beliebter und ich wurde immer unsichtbarer. Als wir in der Highschool waren, waren Bellas Schönheitswettbewerbstrophäen im ganzen Haus ausgestellt, während meine Mathe-Trophäen in meinem Zimmer verstorben. Meine Eltern lieben es eindeutig, sie mehr zur Schau zu stellen. Naja, zumindest mein Matheleten-Teamkollege Eugene fand mich richtig cool. Die Art und Weise, wie du die Antwort gegeben hast, kurz bevor der Buzzer losging. Wow, was für ein Adrenalinrausch. Du bist so schlau. Du bist zu nett, Eugene. Und du bist wie ein 45-Grad-Winkel. Weißt du, weil 45 Grad ein süßer Winkel ist. Du bist süß. Ähm, ja, der war gut. Also, ich hab mir gedacht, vielleicht möchtest du meine Telefonnummer. Telefonnummer. Ich hab nur halb zugehört, denn in diesem Moment kam der Kapitän der Fußballmannschaft, Mika, in die Cafeteria. Mann, der war der Nachfahre von Herkules. Die pure Perfektion. Ich würde mich nie trauen, ihn auch nur anzusprechen. Er würde mich nie bemerken. Klarissa? Ja, 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 ich nehm deine Telefonnummer. So, dann rufst du mich also an? Wenn es mal nötig ist, dann auf jeden Fall. Danke, Kumpel. Ich muss jetzt in den Unterricht. Dann eines Tages kam alles anders, als Bella die Grippe bekam. Mein Kopf tut weh. Ich hab Fieber. Ich kann nicht beim Festumzug im Einkaufszentrum auftreten. Oh nein, mein armes Baby. Leg dich hin. Klarissa bringt dir einen Tee. Sie kann sich selbst einen Tee machen und ich habe zu tun. Es geht dir nicht gut und du tust nichts Wichtiges. Geh jetzt. Ich hatte es so satt, hinter meiner Schwester zurückzustehen. Aber als ich mit dem Tee zurückkam, fand ich sie schnarchend vor. Und ich hatte eine verrückte Idee. Neben ihrem Bett lag ihre Festtagstasche. Fertig gepackt und bereit zum Mitnehmen. Ich schnappte sie mir und schlich mich zur Haustür hinaus. Ich war genauso schön wie Bella und ich wollte es beweisen. Als ich im Einkaufszentrum ankam, lächelten und winkten mir alle zu. Ich fühlte mich wie ein Filmstar. Das Kleid passte perfekt und die Show verlief reibungslos. Und die Gewinnerin ist Bella. Gerade als ich die Trophäe entgeben nehmen wollte, hörte ich die nervigste Stimme der Welt. Sie ist nicht Bella. Ich bin das. Mom konnte dich zu Hause nicht finden und als ich sah, dass meine Tasche weckte, wusste ich genau, wo du warst. Wie kannst du es wagen? Und wenn schon. Du bist nur sauer, weil ich jederzeit genauso gut sein könnte wie du. Halt die Klappe, du Verlierer. Du meinst Gewinner. Bella ist auf die Bühne gesprungen und hat mich angegriffen. Durch den Kampf haben wir nicht nur den Pokal verloren, sondern wurden auch lebenslang von allen Wettbewerben in der Gegend ausgeschlossen. Unsere Eltern waren wütend auf mich. Ich bekam zwei Wochen Hausarrest und Bella tat danach so, als würde ich gar nicht mehr existieren. Sie blockierte mich sogar auf allen sozialen Medien. Aber in der Schule schien jeder von dem Streit um die Misswahl gehört zu haben und die Leute nahmen mich mehr wahr. Und als Mika mich ansprach, wurde ich fast zu Pudding. Hey, doch nicht Bella, oder? Stimmt. Ich bin ja irgendwie heiß. Ich hab's fast vergessen. Clarissa. Ich bin Mika, der Football-Kapitän. Ich fand's toll, wie mutig du dich gestern im Einkaufszentrum verhalten hast. Wir haben morgen eine Cheerleader-Prüfung. Komm doch mit. Cheerleader-Prüfung? Klar, ich werd da sein. Perfekt. Ähm, aber dein Aussehen oder so. Ich will dich von Bella unterscheiden können, okay? Ja? Klar, Mika. Ich wollte sowieso mein Aussehen ändern. Ich freute mich so auf einen Neuanfang. Zu Hause habe ich mir im Internet Videos angesehen, wie ich meine Haare schneiden kann. Ich beschloss, dass ein Pony das einfachste sein würde. Also ging ich ins Badezimmer, schloss den Elektrorasierer meines Vaters an und schnitt mir einen Pony. Das sah super süß aus. Das heißt, bis sie sich bewegten und ich sah, dass ich auch meine Augenbrauen abrasiert hatte. Ich war entsetzt. So konnte ich auf keinen Fall zu den Proben gehen. So konnte ich nicht einmal das Badezimmer verlassen. Ich fing an, die Schränke zu durchstöbern, um etwas zu finden, das meine Augenbrauen wieder in Ordnung bringen konnte. Ich fand eine Flasche Haarspray, die mein Vater manchmal benutzte, um seine kahlen Stellen abzudecken. Ich richtete es auf meine Stirn und sprühte es auf. Aber ich sah aus wie ein Höhlenmensch mit einer buschigen Augenbraue. Ich schrubbte es ab, als es an der Tür klopfte. Klarissa, bist du da drin? Wehe, du klaust wieder mein Make-up. Ich wasche mir nur das Gesicht, Mom. Ich bin gleich wieder da. Oh, ich könnte das Make-up meiner Mutter benutzen, um den Schaden zu verbergen. Ich fand einen Augenbrauenstift und kritzelte sie schnell auf, so gut es ging. Und dann strich ich mir die Ponyfranzen über die Stirn und schlich leise aus dem Bad. Da bist du ja. Warte, hast du dir die Haare geschnitten? Manche Leute sind einfach verzweifelt auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Wie erbärmlich. Ich probiere nur etwas anderes aus. Mom, ich muss zum Laden laufen und ein paar Sachen für ein Schulprojekt holen. Also tschüss. Im Laden hatte ich Glück, die perfekte Lösung zu finden. Tattoo-Aufkleber für die Augenbrauen. Ich eilte mit ihnen nach Hause und ging in mein Zimmer, um sie auszuprobieren. Einfach aufkleben, ein wenig Wasser aufsprühen und voila. Ich stellte den Timer auf meinem Handy ein, legte mir einen Waschlappen auf die Stirn und wartete auf meine schönen neuen Augenbrauen. Aber als ich das Ergebnis ansah, fiel ich fast in Ohnmacht. Sie waren super schief geworden. Ich schrubbte und schrubbte, aber sie wollten einfach nicht abgehen. Ich lag auf meinem Bett und schluchzte. Warum machst du Geräusche wie ein sterbender Wal? Oh mein Gott! Was ist mit deinem Gesicht passiert? Ich wollte nur meinen Look für die Cheerleader-Prüfung ändern, aber es ist alles so furchtbar schief gegangen. Was soll ich nur tun? Nun, ich würde dir vielleicht helfen, wenn du nicht so getan hättest, als wärst du ich und hättest meine Schönheitskarriere ruiniert. Warte, das ist es! Du kannst so tun, als wärst du ich. Bitte, Bella, ich brauche das. Mika hat mich selbst gefragt. Du weißt doch, ich war schon immer in ihn verknallt. Ja, ich hab deine lieben Tagebuch-Schluchtsgeschichten gelesen. Was? Das ist jetzt nicht so wichtig. Und okay, da du bettelst und so hässlich aussiehst, dass es fast traurig ist, werde ich es tun. Aber nur, wenn du meine Hausaufgaben für das ganze Jahr machst. Hast du Witze? Na gut, ich werd sie machen. Besorg mir nur den Cheerleader-Platz, okay? Das ist ein guter Deal, Vogelscheuche. Mom ließ mich ein paar Tage zu Hause bleiben, als sie sah, was ich getan hatte, und Bella ging am nächsten Morgen zur Schule. Aber ich habe ihr nicht wirklich vertraut, dass sie mir die Sache bei den Proben nicht vermasselt. Ich brauchte einen Spion. Also habe ich Eugene angerufen. Hey, ich weiß, es ist viel verlangt, aber es geht mir wirklich nicht gut. Und ich habe meine Zwillingsschwester Bella gebeten, die Cheerleader-Prüfung für mich zu machen. Könntest du einfach hingehen und sehen, wie sie sich macht? Ich weiß nicht, wem ich sonst vertrauen kann. Natürlich mache ich das. Willst du, dass ich später auch mit etwas super vorbeikomme? Wir könnten uns ein paar MSA-Videos ansehen oder ich zeige dir Bilder von meiner Katze. Das klingt toll, aber was ich habe, ist wirklich ansteckend. Du meldest dich also bald bei mir, ja? Du kannst drauf wetten. Du bist der beste, Eugene. Eugenes Bericht stimmte mit dem überein, was Bella mir erzählt hatte. Sie hatte ein makelloses Casting absolviert und ich war dabei. Ich konnte es kaum erwarten, zurückzugehen und Zeit mit Mika zu verbringen. Zum Glück waren die Tätowierungen nach ein paar Tagen verblasst und meine Augenbrauen kamen zurück, sodass ich den Rest mit Bleistift auffüllen konnte. Ich war bereit, wieder in die Schule zu gehen. Aber in diesem Abend erzählte mir Eugene, dass er Bella und Mika beim Küssen gesehen hatte. Als sie nach Hause kam, stieg sie aus Mikas Auto aus. Ich rannte runter ins Wohnzimmer und öffnete das Fenster, um zu lauschen. Oh, es ist so schwer, sich von dir zu verabschieden. Es ist ja nur bis morgen, Mäuschen. Und das wird eine Ewigkeit sein, meine Bella, Babyboo. Igitt! Und was zum Teufel? In dem Moment, als Bella reinkam, bin ich ihr in den Weg gesprungen, wie eine wütende Löwin. Was in Gottes Namen habe ich da gerade gesehen? Oh, du meinst Mika und mich? Haha, Dummerchen, wolltest du ihn nicht fragen, ob er mit dir ausgeht? Ich habe es nur für dich getan, als du. Nein, lüg mich nicht an, Hexe. Ich habe gehört, wie er gesagt hat, Bella, Babyboo. Er weiß, dass du Bella bist und nicht ich, Clarissa. Da wurde ihr Gesicht ganz fies. Ja, okay, was soll's. Ich habe ein Foto von dir im Schlaf gemacht und ihm deine verrückten Augenbrauen gezeigt und ihm gesagt, dass du mich an deiner Stelle geschickt hast. Wir haben uns köstlich amüsiert und uns angefreundet. Du hast mir mein Leben bei der Misswahl genommen und ich habe dir deinen Kerl weggenommen. Glaub mir, ist sowieso eine Nummer zu groß für dich. Ich habe geknurrt und sie angegriffen. Meine Eltern kamen angerannt, als wir gegen einen Tisch prallten und zogen uns auseinander. Und ich habe mir geschworen, nie wieder mit ihr zu reden. Aber als ich sie und Mika zusammen in der Schule sah und daran dachte, wie sehr sie sich über mich lustig gemacht haben mussten, brannte mein Herz. Und dann fand ich eines Tages etwas in der Post, das mir die perfekte Gelegenheit zur Rache bot. Ich wusste, dass ich erfolgreich war, als Bella mich eines Tages auf dem Schulflur anschrie. Clarissa, warum hast du das getan? Wovon redest du? Wahrscheinlich etwas Langweiliges. Warum habe ich einen Ablehnungsbescheid von der Tanzakademie meiner Träume, in dem steht, dass mein Vortanzen weit unter ihren Standards lag? Ich bin nie zu einem Vortanzen gewesen. Oh, ja, sieh mal an. Ich habe eine Einladung zum Vortanzen erhalten und beschlossen, als du hinzugehen. Ich habe schon sehr lange nicht mehr getanzt, also war ich etwas eingerostet. Aber ich dachte, ich hätte einen beeindruckenden Hühnertanz hingelegt. Ich werde dich umbringen! Nun, das war das Ende unserer Beziehung. Und irgendwie fühlt es sich nicht so gut an, wie ich es mir vorgestellt hatte. Niemand zu Hause redete mehr mit mir und selbst Eugene wirkte distanziert. Hey, bilde ich mir das nur ein oder gehst du mir aus dem Weg? Nein, Clarissa, tue ich nicht. Mir gefällt nur nicht, was du mit deiner Schwester gemacht hast. Was? Sie hat angefangen! Nein, du hast damit angefangen, als du als sie zum Wettbewerb gegangen bist. Du weißt nicht wirklich alles über uns, Eugene. Es ist ermüdend, übersehen und unsichtbar zu sein. Eigentlich weiß ich schon was darüber. Ich bin buchstäblich den Matheleten beigetreten, um dir näher zu kommen. Ich habe immer wieder angedeutet, dass ich dich mag und du bist nicht so dumm, dass du das nicht mitbekommen hättest. Aber du hast mich nur benutzt, als du mich gebraucht hast. Und jetzt brauchst du mich wieder, weil ich vermute, dass andere Leute in deinem Leben nicht mehr mit dir reden. Nun, ich habe ein wenig mehr Selbstachtung als das. Auf Wiedersehen, Clarissa. Die letzten Monate in der Highschool waren einsam. Bella ging auf eine tolle Tanzschule am anderen Ende des Landes, aber sie schien mir immer noch nicht verzeihen zu wollen. Und obwohl wir uns schon so lange nicht mehr so gut verstanden hatten, war ich traurig, dass sie bald aus meinem Leben verschwunden sein würde. Doch in den Sommerferien wurde Bella plötzlich sehr krank. Nach einer Reihe von Tests sagt, dass ihre beiden Nieren schwach waren und sie bald eine gesunde Niere bräuchte. Und natürlich war ich der perfekte Spender. Auf keinen Fall! Ich werde ihre Niere nicht nehmen! Bist du verrückt? Wart mal Leute, könnt ihr uns eine Minute geben? Als meine Eltern und der Arzt gegangen waren, drehte ich mich zu ihr um. Hörst du, du brauchst das, okay? Ich weiß, dass ich einige schreckliche Dinge getan habe und das tut mir wirklich leid. Und in guten wie in schlechten Zeiten bist du meine andere Hälfte und ich will dich nicht verlieren. Also halt einfach die Klappe und hör auf zu grinsen und du nimmst meine Niere. Sag doch mal, du bist meine bessere Hälfte, Bella. Übertreib's nicht. Okay, okay. Und ich weiß, ich war auch nicht sehr nett zu dir und das tut mir auch leid. Ich mochte Mika nicht mal besonders und Gott sei Dank hat er mich betrogen und wir haben uns getrennt. Geschieht dir recht. Da fällt mir ein, ich muss Eugene vor der Operation anrufen und mich auch bei ihm entschuldigen. Was für eine Art Name ist Eugene? Das ist lateinisch verhässlich, oder? Nun, Latein ist eine tote Sprache, Bella. Genau wie dein Liebesleben. Manche Dinge ändern sich nie, oder?